Ja, langsam weicht die Natur. Aber schon krass, dass wir das Holz von hier oben, das war so viel Holz, ey, aufgebraucht haben. So, dann nehmen wir mal einen Pflättenbefehl. Äh, nicht so weit runter. Hallo? So, dann doch ruhig zwei. Schade, der reicht nicht bis dahin. Ich muss ehrlich sagen, die hätten einen Fletten und einen Weißbefehl, zwei verschiedene Befehle nehmen sollen. Huh? Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, dann fangen wir mal zwei mit der Rodung da an. Und dann wird es jetzt lustig, da oben zu springen. So, dann fangen wir an. So. So, dann fangen wir an. 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 So, das meiste haben wir schon freigesprengt. Oh, und es fährt wieder Holz hier runter. Das ist auch praktisch. So, dann fangen wir an. 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 So, ich liebe es, wenn er einfach doppelt wirft und ich keine Ahnung hab warum. Also, wenn mich irgendwann mal einer aufklären könnte, was das Problem ist. oder ob meine Bricktrons einfach nur irre sind. Genau. Einfach alles, was du von Munition hast, verballern. So, ihr beide könnt beim Bauen helfen. Ihr habt schon wieder fertig. So, dann machen wir schön weiter. Du hilfst natürlich mit. Nein, du hilfst damit. So, dann kommen wir mit. So, dann kommen wir mit. Okay. Na ja, nehmt das Holz, Gras, das Holz da oben, also die Baustümpfe mal ab und dann sehen wir weiter. Wir sind ja bald soweit mit dem Holz, das wir ja nur noch auffüllen müssen. Aber ich glaube, ich lasse das mit dem Platten da oben. Das wird dann bald gut sein. Ich pack die wieder zum Prairie, zum Prairie und zwar alle vier bitte. Okay. 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 Soh, ich hatte nichts da. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020